Hallo, hallo, statt Karten möchte ich in diesem Jahr allen meinen Freunden und Bekannten auf diesem Wege die herzlichsten Videogrüße und schönsten Wünsche für das Ende 2012 und den Anfang des Jahres 2013 schicken. Bleibt alle fröhlich und ehrlich, habt Erfolg in dem privaten und beruflichen Bereich, freut euch des Lebens und bleibt gesund. Das gleiche wünsche ich mir selbst und hoffe, dass wir alle miteinander gute Freunde und Bekannte bleiben werden. Tschüss! 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 Tschüss!